Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Projekt mit dem Calliope Mini. Für alle, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Prof. Karl Opie. Heute wird der Calliope Mini als Zufallsgenerator verwendet. Dazu wird er durch Schütteln einen randomisierten, das heißt zufälligen Buchstaben erzeugen. Der Buchstabe wird eine Minute lang angezeigt und die letzten zehn Sekunden werden durch einen Countdown eingeleitet. Danach ertönt ein Endsignal. Und wie der Calliope Mini nun richtig programmiert wird, das sehen wir uns jetzt an. Hier sehen wir, wie der Programmcode im Open Roberta zusammengesetzt wird. Das sieht doch gar nicht so schwer aus, oder? Naja, vielleicht sollten wir uns das etwas genauer ansehen. Überlegen wir mal, welche Phasen es in unserem Programm überhaupt gibt. Hier haben wir den Leerlauf, also eine Endlosschleife. Wie der Name schon sagt, wird alles, was in diesem Schleifenblock steht, unendlich oft wiederholt. Dabei wartet der Calliope Mini darauf, dass wir ihn schütteln. Das ist für ihn das Startsignal, um zu spielen. Sobald das Spiel losgeht, muss ein Zufallsbuchstabe berechnet und ausgegeben werden. Dazu müssen wir zuerst eine sogenannte Liste Zeichenkette mit möglichen Buchstaben anlegen. In unserem Fall ist das die Variable Buchstaben, die das Alphabet von A bis Z enthält. Darüber hinaus haben wir die Variable Zufallsbuchstabe. Um diese einen Wert zuzuweisen, benötigen wir eine Zufallsfunktion. Und diese liefert uns dann eine Ganzzahl zwischen 1 und 26, die der Position in unserem Alphabet entspricht. Insgesamt soll uns der Calliope eine Minute Zeit geben, um Wörter zu finden. Wobei es in den letzten 10 Sekunden ein Warnsignal geben soll. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich das so gelöst. Als erstes warten wir 50 Sekunden, also 50.000 Millisekunden, bis der Countdown gestartet wird. Während des Countdowns schalten wir in einer Schleife 10 mal die Signallet für eine halbe Sekunde ein und für eine halbe Sekunde aus. Damit haben wir das 10-sekündige Blinken erreicht. Und wenn die Zeit vorbei ist, schalten wir die LED wieder auf rot. Der einzigen aller Tönt und wir löschen den Bildschirm. Danach geht wieder alles von vorne los und der Calliope Mini, der wartet darauf, wieder geschüttelt zu werden. Ich hoffe ihr beim Ausprobieren genauso viel Spaß wie ich und ich freue mich schon darauf, wieder mit euch zu arbeiten. So war ich Professor Karl Opie heiße. Nun knurrt mir schon etwas der Magen, aber schauen wir mal, was es zu essen gibt. B Brot? S Schokolade, Schnitzel, Senfgurken. Mmmmm! … … Untertitelung des ZDF, 2020